hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei osiris new dawn und ich habe den das bild und habe ich mir schon geholt ich war schon oben im dienst und habe mir das nochmal heute raus reingezogen und ich suche gerade hier meine dachen zusammen weil ich habe da doch irgendwo noch glas ich hatte dann noch so viel glas das ist jetzt ein wenig komisch das hiermit beigetan muss mein ganzes glas wirklich viel glas mehr komisch jetzt schwirren kann ich doch irgendwo glas hatte und noch in löschen bist du die glas fragmente hier aber wir können ja schaufeln buddeln wir mal ein bisschen hier kaputt und dann die zweite noch und dann sollte man nicht genug glas zusammenkriegen wir brauchen auch noch leiterplatten und diese computer bildschirme und noch drähte ja und noch magnesium weil ich habe keinen magnesium mehr müssen wir dann noch holen das war aber alles hier jetzt und in der nächsten folge wird dann die die station gebaut die war haben darum wir brauchen so mal eben kurz gucken wie viel das wir jetzt schon kriegen könnten ja genau ist ich habe einfach alles durch was wir haben das haben wir ich glaube für die computerbildschirme brauche ich auch noch mal glas von daher ist das ganz okay und warten wir direkt die vier noch aus hier sehr gut da habe ich doch irgendwo hier den hier genau da kommen wir aber nicht mit aus von daher brauchen wir noch den hier den hier und noch irgendwas nee den hier habe ich geschickt immer fünf aber ich denke wir brauchen mehr was war das doch was verbrauchten die leiterplatten genau die leiterplatten nur noch und die hier noch ich brauche nur vier ok da brauchen wir auch noch elektronen das können wir aber noch machen das sollten wir machen können die wochen plastik die 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 meldings bums und kraft 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 zelle aber die haben wir wir brauchen plastik haben wir elf stück das reicht elektron brauchen wir dann noch elf stück insgesamt elf stück elektron ich habe nicht mehr warte mal habe ich das noch in der ich hier noch nickel drin da müssen wir auch nickel noch holen nee wieso wo ist jetzt dann gegangen hier da ist doch nee da brauchen wir noch nickel auf jeden fall die melden gab die meldings bums das ist messig schade ich habe gedacht das hätten wir da bräuchten wir dann auch elf stück von ich mache mal zwölf das heißt werden wir wie gesagt hier die elektron brauchen wir noch und kraft zelle was brauchen wir dafür die war hier glaube ich nur ja lithium aber auch nur fünf müssen wir auch holen also lithium lithium das heißt wir brauchen vier lithium und magnesium lithium magnesium schreibt mir doch bei ihm auf ein augenblick bitte wenn ich mein stift findet also doch hier gibt es nicht das ist was nicht ich habe ich nickel mit den wir das noch holen und dann schon mal das da rein die warte das brauche ich ja noch alles ungefähr da rein was wir jetzt hier nicht unbedingt brauchen dass ich mal drin die türen sieger wenn die kaputt sind kann man mit hier rein was reingepackt weil ich nicht sollte dann fahren wir mit dem bagi dann los aber wie fährt er noch drin der trocken noch drin und gucken erst mal nach sie bett ist die mine nach die türen das sieht ja schon mal gut aus da haben wir viel in dieser richtung sogar die sehrichtung aluminium sollte vielleicht auch noch mitnehmen aber davon habe ich auch nicht mehr viel und muss entscheidest du nicht mal das ist oben oder hinten ist wartet doch mal Ich dürfe gleich. Ich dürfe gleich. Lass mich doch erstmal hier hoch. Hallo, Fahrzeug, bitte lenken, wenn ich das schon sage. Lenken. Was war das? Ne, ich bin tot. Alter, nur weil ich ins Hardback wollte, in der mich da weggeschleudert hat. Danke, Spiel. Lauf. Ist wahrscheinlich der Buggy kaputt. Warum wetten? Der Buggy hat ja nichts abgekriegt. Weil der Arsch mich da weggestummt hat hier. Ja, der ist kaputt. War klar, ne? Achso, der ist nur so kaputt. Okay, dann ist der ja gleich wieder ready to go. Also, der ist ja nicht komplett weg. Gebt mir doch mal was anderes in Hand. So, warte mal, du hizt. Geht mir doch direkt ab. Grasen da oben. Ich hab euch noch gerade weggemacht. Alter. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Oh, aber das war hier hochkommt, vielleicht. Die sieht für mich so das leichtere Übel aus. Der lenkt wieder nicht. Denken. 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 Hallo. Also, man ist das Spiel. Gutanfall. Lenkt doch bitte einfach mal richtig. Ich würde gerne lenken, aber ich hab schon wieder keinen Bock mehr, ne? Okay. Okay. kann nicht machen sehen der hat mein bagi einfach weggemacht vielleicht muss ich da halt nochmal neu laden das ist mir jetzt doch ein bisschen zu blöd hat er noch gespeichert bevor ich den das angefangen hat aber ich hoffe ihr könnt das verstehen dass ich hier neue lade jetzt müssen wir alles wieder neu bauen wenn ich das aber diese folge jetzt nicht schaffe werde ich das halt später nochmal machen was ist denn da war mal hier kommt auch immer näher ne eben tut mir echt leid wir haben jetzt gesehen ich kann nichts dafür wenn er den nicht wieder aufstellt muss man das halt so machen das war die ganze arbeit ganzen 16 minuten für einmal aber ich mach mal eben pause und dann sehen wir uns wenn wir wenn ich wieder alles fertig habe bis gleich so ich bin wieder da und das waren ungefähr so 210.000 die ich hier in diesem spiel bekommen habe was das ist möchte ich jetzt nicht wissen oder da hängt einer zwischen den wagen drin weil das spiel das ist diese viecher hier und diese krabbelechsen was ich wieder was hat für welche sind die kommen wirklich non stop ohne punkt und komma da spawnt einer nach dem anderen wenn du unterwegs bist und ich habe hier echt die krise kriegt ich ich habe hier mehr was gewollt dass das mikrofon immer noch funktioniert ist eigentlich ein weltwunder leute echt so gibt mir statt da brauche ich noch mal silber also ich war kurz davor aufzuhören das spiel zu deinstallieren und fertig ist so viel brauche ich davon noch ich habe doch vorhin das ganze glas gemacht eigentlich oder nicht bin ich blöd ja ich habe eine blöde sein denn ich habe komisch weise noch neun mal von ungefähr 14 oder wie viel das waren ich habe kein glas mehr ganz ruhig plastik kraftstoffzelle machen äh wie viele brauchte ich da noch mal ich habe doch auch leiterplatten gemacht herr mal alle leiterplatten habe ich dafür verboten okay nix gesagt nix gesagt ganz ruhig bleiben ganz ruhig aber echt so oft wie ich jetzt ausgeflippt bin das möchte ich dir nicht wissen da wo ich wo ich das eine mal wegen den sandwurm gestorben bin weil ich da so weit weg geflitscht bin da kamen nachher acht spawns hintereinander instant ich hatte das eine mal unter die hälfte leben so viele tiere kamen ihr wisst ja habt ihr schon mit wie viel wie lange das dauert bis man so wenig leben nur noch bis zweimal das oder wieder zwei ist da passiert und ja so einen schönen blutanfall so schöne blutanfälle hintereinander die schon lange mehr das sage ich euch doch aber ich hoffe ich habe jetzt genug die zum magnetium und bei magnetium weiß ich nicht so genau ich habe nur zwei spawns gefunden die ja noch übrig sind also es sind noch zwei da davon ist einer in einem stein drin wenn ich jetzt zu wenig habe könnte es sein dass ich dann zu einem anderen planeten muss waren die jetzt echt da drin waren die jetzt echt hier drin und ich blindfisch habe es wieder nicht gesehen da sieht aber was es ausmacht bei mir wenn ich wenn ich gut anfangen wenn ich echt sauer auf dem spiel bin dann übersehe ich viele sachen und dass ich bin ich bin immer noch geladen ich wollte eigentlich ein bisschen pause machen auf pause drücken und so hat aber ich mache das jetzt weil wir hatten es ja schon wieder 20 minuten und da habe ich gedacht nee bevor du dich jetzt beendet machst du das noch zu ende sollte es gehen aber ich glaube ich wäre gebannt worden aber ich hätte gerade etwas gemacht hat einen die ein hier verbreiten nee 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 hör auf hör auf das weg zu machen ich habe einmal drauf geklickt ich muss doch gucken ich habe es jetzt wieder vor lauter wut habe ich gerade kraftstoffzellen ich wollte ich hatte aber irgendwo noch welche irgendwo hatte ich noch welche sag mal wo habe ich die ganzen sachen ist jetzt hingetan ich werde mich schon filmen ich weiß ich ich bin ich bin ich bin auch ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wird da noch was die 10 hatte ich gesucht gehabt oder eher gesagt die 8 aber trug hat er nicht so war mir das spiel so dort heißt ich brauche noch zwei kraftstoff zählen so dann noch die zweimal machen ich brauche noch ein elektrum und vier kabel machen gold und gummi habe ich doch gummi wahrscheinlich nicht mehr was ist hierin geht zweimal war immer gummi war ich da noch Nein, ich gucke auf die Schemmstation. Müsste ich nochmal Wasserstoff holen gehen? Oder ich gehe einfach in irgendeine Höhle rein, obwohl wir waren ja schon alle drin, da müssten wir eigentlich alles geholt haben. Habe ich vielleicht hier drin noch was? Ich habe da noch was in der Basis reingeschmissen gehabt. Da steht nicht drin, was es ist, aber ich denke mal, das ist das, was ich brauche. Ja, war das jetzt? Also das hier doch nur. Gucken, ob ich damit jetzt Gummi machen kann. War da noch was? Irgendwas war da noch, ne? Ach ja, sonst der Lied. Das ist voll kein Wasserstoff, okay. Das ist, äh... Hydrazin. Weg. Aber Wasserstoff müssten wir hier in der Ecke irgendwo haben. Und ich habe irgendwo gerade eben noch ein Wasserkanister gemacht, worauf ich bin nämlich wieder hingeschmissen. Aus Versehen. Ich habe da eben noch ein Wasserkanister gemacht, gehabt auszusehen. Aber die Baumrinde weiß ich bis heute nicht, wofür die, äh, wofür ich die brauchen sollte. Wie gesagt, damals konnte ich da in dem, hier drinnen, äh, das Gummi herstellen. Kann ich irgendwie Wasserstoff herstellen? Nee, ne? Dann, äh, werde ich mal hier Feierabend machen. Und dann, äh, werde ich zur nächsten Folge dann noch Wasserstoff holen. Und dann, äh, werden wir uns mal dem Weltraum... ...aneignen, sag ich mal. Also, bis dahin. Und danke fürs Zuschauen. Viel, äh, schönen Tag noch. Tschüss. 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 Tschüss.